Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe eines Multiplayers, um genutzt zu sein zu Black Ops 2. Obwohl Zufallskarte ist ja am liebsten. Ja, ich bin gespannt, wie es werden wird. Ich bin auch gespannt, ob es euch gefällt und es ist so als kleiner Dank für die 100 Abos gedacht und ist daher so ein kleines Ausnahmeprojekt. Es wird ein paar Folgen geben, ich weiß noch nicht wie viele. Ich hoffe, dass sie euch gefallen werden und ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr failen werde. Ich habe eben gerade schon eine kleine Runde gespielt, um warm zu werden. Die lief auch gar nicht mal so verkehrt. Und ja, ich habe mir gedacht, der ursprüngliche Gedanke war, das hier wieder zu machen, lag daran. Ich hatte ja diesen netten kleinen Gag gemacht mit Crisis 3 meets Black Ops 2, um die Ungeduldigen unter euch so ein kleines bisschen zu nappen und ich hoffe bis heute, dass es mir nicht zu übel genommen wurde. Und jetzt habe ich mir gedacht, 100 Abos sind geknackt. Was könntest du noch mal machen? So ein bisschen habe ich gedacht, hey, machst du ein, zwei, fünf, sechs Folgen. Black Ops 2 und ich hoffe, es wird euch gefallen. Es ist Team Deathmatch, wie ihr gerade gehört habt. Ich bin kein wirklich guter Spieler. Besser als in meiner Aufnahme von damals. Ein bisschen zumindest schon, aber auch nicht so weltbewegend. Manchmal wollen wir mal gucken, was wir hier reißen können. Wahrscheinlich jetzt dadurch, dass ich jetzt reden und spielen muss, weniger als wenn ich nur spiele. Aber dafür ist es halt ein Let's Play und kein Commentary, indem ich das nach... hole! Na ja, einen habe ich. Mann, war ich gerade schlecht geschossen. Und das ist auch immer so ein bisschen ungewohnt. Ich muss sagen, also hier zwischen Black Ops 2 und Crisis 3 hin und her zu switchen, ist immer eine echte... Autsch. Aufgabe. Okay, mal warte, mein kleiner Freund. Da ist einer. Oh, der kriecht mich natürlich. Das kann nicht wahr sein. Ah, ah, ah. Ah, äh, eben gerade lief es eigentlich verhältnismäßig. Äh, verhältnismäßig gut. Let me do, let me do. Jetzt ruckelt es hier auch noch im Karton. Mann! Ah, hat sich wieder gefangen. Ei, 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 ei. Also das ist hier ruckelt mich eigentlich gar nicht gewohnt. Das soll ab und zu halt... Uh! Hey, Serveranbindung. Hahaha. Mal gucken, ob mir der nochmal vor die Nase läuft. Da geht's auf jeden Fall schon mal ab. Und er wurde erledigt. Wir gehen mal hier hoch. Ah, mal gucken. Ne, ist keiner mehr da. What? So. Hallo, hallo, hallo. Okay, hier spawnt einer von mir. Gehen wir mal hoch und schauen, was hier oben los ist. Ah, ja, so langsam werde ich besser als Snap, aber da war ich jetzt zu langsam, um wieder ins Cope zu kommen. Aber das ist das, was halt so... Aua. Na, der ist schon da. Ah, haha. Und da wird es wieder einab. Es ist jämmerlich und das sieht er auch noch in meinem Team momentan der Punkt. Die beste Wind ist echt schlimm. Hahaha. Okay, und ich spawne wieder hier. Und da kommt von dort einer. Mano! Ich hasse es doch zu sterben. Ah, mir ist es ja eigentlich relativ... Wumpe. Ob ich nun feile oder gut spiele. Hauptsache es macht Spaß. Es ist halt das Wichtigste. Und das ist auch das, was ich immer noch nicht verstehe. Dass manche es einfach viel zu verbissen sehen, solche Spiele. Ein Schuss habe ich abgefeuert. Ah, und der hat es sogar noch gut getroffen. Mist! Der ist weg. So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Hallo? Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt aus dem Scope raus... Scope rausgehe. Uah, er war besser. Ich glaube, mit Maus 5 kann ich auch zoomen. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, was bei mir Maus 5 ist. Ah, jetzt ist da wieder einer drin. Mein Nometern. Naja, es wird zumindest nicht mehr der Beste bei mir im Team. So. Ja, 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 ja. Na, komm, 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 komm. Ah. Also. Hier wird es mir langsam auch zu gefährlich. Eieieieiei! Da kommt noch einer von hinten. Lollolololololololololololololol. Da sag ich da nur. Wo ist er denn du? Ah. One shot. Ja, er benutzt das gleiche Ding. Ich muss, glaub ich, erstmal wirklich gucken, was verdammt man muss fünf ist wahrscheinlich ist ja ja was mache ich denn da es ist echt nicht so einfach schießen und konzentrieren reden ist immer so eine kleine herausforderung da bin ich noch zu schlecht für ganz eindeutig gerade doch da halte ich mich von fern von dem kleinen ist so nah mal gucken was hier so los ist und da kam noch einer sie laufen auf jeden fall im team so schauen hallo hallo niemand da war dort scheint was los zu sein dann näht sich glaube ich auch wir verlieren diesen kampf nein das wollen wir noch nicht so gut ohne eingesetzt und weiter 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 so unvorbereitet erwischt man sie ja doch am liebsten das wäre noch schön gewesen dennoch zu erlegen da hinten ist bestimmt einer drinnen noch der wird sich da nicht verkrümelt haben das ist eine super wo sie ich was nicht schildert ist dann gleich ein anderer weg geschnitzelt ich bin auch so ein opfer so dann wollen wir noch mal noch mal noch mal noch mal noch mal noch mal ist los naja ich wusste es doch laufen sie doch hinten um die kleinen lumpen und niederlage egal ja das werden wir was bin ich denn jetzt eigentlich geworden ja vom zeitweise besten zum vorletzten aber das ist wie gesagt mir ist das egal es kommt auch ein spiel spaß an und es macht halt spaß so vielen dank fürs einschalten und zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen auch vielen dank für positive bewertungen und kommentare die bauen mich immer so auf wenn ich empfehlen bin ja bis zum nächsten mal